Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, die Woche hat wieder angefangen und wir haben wahnsinnig coole neue XRP-News, auf die wir auf jeden Fall einmal eingehen wollen. Ja, und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wie Ripple es hier schon getweetet hat, Krypto geht in Richtung Mainstream-Adaption und ja, Ripple XRP ist ganz vorne dabei. Darauf gehen wir auch sofort ein. Vorweg aber noch eine Geschichte zur Klage, die ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar dieses hier, Ripple CEO names five jurisdictions that have acknowledged XRP as a currency. Also, das ist ja eben das Problem, worum es eigentlich geht, beziehungsweise worauf größtenteils der Streit basiert, dass die SEC einfach eben sagt, Ripple ist keine Währung, Ripple ist ein Wertpapier, äh, XRP. XRP ist keine Währung, XRP ist ein Wertpapier und Ripple sagt natürlich, nein, XRP ist kein Wertpapier, es ist eine Kryptowährung. Ja, und dementsprechend, äh, daran merkt ihr einfach schon, wie belanglos diese Klage ist. Und ja, in dem Fall geht es jetzt einfach, ja, deutlich weiter, dass es eben viel mehr Bestätigung erhält und, ja, die Klage ist als solches einfach nur noch belanglos. Ich packe euch sämtliche Artikel auch in die Videobeschreibung, denn das Ganze würde heute so ein bisschen den Rahmen sprengen. Äh, ich möchte nämlich viel mehr auf andere Dinge eingehen. Und zwar, ja, wie es hier steht, RippleNet von der Arab Monetary Fund Group als direkte Alternative zu SWIFT gelistet. Ja, das habe ich ja immer in meinen Videos auch gesagt, dass Ripple dafür ersetzt werden soll. Das steht, äh, ist ja so in dem ISO 222, äh, Standard verankert. Betrifft natürlich nicht nur XRP oder es muss nicht zu 100% XRP sein. Da sind natürlich auch noch Stellar, Algorand, IOTA und XINFIN müsste das sein drin. Ähm, ja, aber es deutet sehr, sehr vieles darauf hin, dass Ripple einfach das führende Blockchain-Unternehmen in dem Fall dann sein wird. Und ja, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Geschichte. Eine Beratergruppe des Arabischen Währungsfonds hat RippleNet als direkte Alternative, ja, das ist ganz wichtig, dieses Wort in dem Fall direkte Alternative, zu SWIFT gelistet. Die Arab Regional Fintech, äh, Fintech Working Group hat kürzlich, ach, es ist immer so ganz schrecklich, weil ich, mein, mein Computer übersetzt die Artikel meistens immer so ins Deutschland. Das ist dann immer relativ schwierig zu lesen. Ich weiß aber auch nicht, wie man es rückgegentlich macht tatsächlich. Oh gut, die Funktion kann man wahrscheinlich irgendwie aufstellen, aber egal. Wo waren wir stehen geblieben? Hat kürzlich einen Practical Guide für arabische Zentralbanken veröffentlicht, um die Nuancen des aufkeimenden Marktes für digitale Assets zu verstehen. Ja, also auch das wahnsinnig interessant. Es geht genau in die Richtung, wie wir es immer prognostiziert haben. Und ja, dementsprechend nach wie vor, wenn die Klage durch ist, kommt da einiges auf uns zu. Und das sehr, sehr im positiven Sinne. Ripples XRP ist einzigartig. Das Papier nannte, das Papier nannte Ripple XRP auch ausdrücklich als eine einzigartige Kryptowährung, da es eine der ersten war, die in erster Linie für Zahlungen entwickelt wurde. Genau im Gegensatz zu den meisten Kryptoassets, die als spekulative Wertaufbewahrungsmittel bezeichnet wurden. Und ja, also dementsprechend, das ist für mich persönlich auch bei meinen Investments in Kryptowährungen immer das Wichtigste, dass es einfach einen reellen Nutzen hat, ein reelles Problem in der Welt löst. Und das macht Ripple XRP natürlich. Schaut euch da gerne auch mein letztes Video dazu an, was ich gemacht habe, wo ich einmal darauf eingegangen bin, wie würde das tatsächlich aussehen, wenn Ripple XRP tatsächlich Standard werden würde und für Swift gekappt werden würde. Und ja, denn wir haben 8.000, 10.000, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das mittlerweile sind, Kryptowährungen, wo ja vielleicht zwei, drei Hände voll wirklich Echtweltprobleme lösen. Und ja, dementsprechend finde ich Ripple einfach, genau wie es hier steht, einzigartig. Einschließlich eines direkten Links zu Ripples Bericht Future of CBDC, also CBDC bedeutet Central Banks Digital Currency, also digitales Zentralbankgeld, sieht das Beratungspapier Ripple eindeutig eine ernsthafte Rolle in der zukünftigen Blockchain-basierten globalen Finanzinfrastruktur. Ja, also wirklich sehr, sehr geil. Ja, und wir wissen natürlich auch, wie groß die arabischen Zentralbanken sind. Sicherlich, die EZB Europa wird sich wieder dagegen wehren, weil die unbedingt den digitalen Euro haben wollen. Aber im Endeffekt, ja, ich glaube, alles, was irgendwie in der Welt passiert, ist geplant. Und von daher, das wird schon genauso kommen. Das wird alles nur irgendwie künstlich zurückgehalten, hinausgezögert. Aber im Endeffekt wird es auf Ripple XRP hinauslaufen, ja. Gut, nächster Artikel auch noch sehr, sehr interessant. Ripple Zahlungssystem vor weltweiter Expansion. XRP-Herausgeber Ripple zielt mit dem ODL-Zahlungssystem auf den internationalen Interbankenverkehr und scheint auf bestem Wege zur globalen Ausweitung. Ja, also eigentlich genau wie der erste Tweet von Ripple das hier schon gesagt hat. Wir sind in einer absoluten Mainstream-Massenadoption für Kryptowährungen und Ripple XRP wird ganz vorne dabei stehen. Ja, auch den Artikel packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. So ganz so viel steht ja tatsächlich gar nicht drin. Die Überschrift hat es eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Das hier fand ich aber auch nochmal interessant. Ripple stellt Direktor für Carbon Markets ein, um das Geschäft auszubauen. Also auch dort wird immer und immer weiterentwickelt. Das hatte ich in den vorherigen Videos ja auch schon erwähnt, wie auch Brad Garlinghouse bestätigt hatte. Obwohl es natürlich kurstechnisch gerade für XRP einfach noch nicht gut aussieht. Natürlich auch mit Zusammenhang der Klage. Aber es ist trotzdem 2021 das mit Abstand beste Jahr für Ripple gewesen in Form der Weiterentwicklung, in Form von Kooperationen, Partnerschaften. Und von daher, ja, also das ist eine Lawine, die sich da in dem Fall aufbaut. Und ich finde die Klage so oder so sehr, sehr belanglos. Wir gehen jetzt gleich auch nochmal auf den Kurs ein, beziehungsweise meine Preisprognose. Aber generell zur Klage nochmal. Also wie gerade erwähnt, ich denke, dass nichts irgendwie in der Welt über Zufall passiert. Dass das alles so geplant sein wird. Dass es zuerst als Krypto-Unternehmen XRP betrifft. Ja, dass denn bevor Ripple XRP in den ISO 222 Standard implementiert wird, bevor es tatsächlich für SWIP überhaupt gekappt werden kann, muss das komplett durchreguliert worden sein. Ja, dass 100% alles sicher besteht, das ist kein Wertpapier. Es ist tatsächlich eine Kryptowährung, es sind keine Hintertürchen mehr da, es haben keine illegalen Aktivitäten stattgefunden und all solche Geschichten. Von daher, ich denke, dass es alles genau nach Plan lief. Und dass es so oder so belanglos war von Beginn an, aber dass es trotzdem halt irgendwo gemacht werden muss. Ja, dementsprechend, dass die Klage erstmal, dass das durch sein muss. Dass wir eine komplett regulierte Währung haben, eine komplett durchregulierte Kryptowährung haben, ein komplett durchreguliertes Unternehmen. Und dann, ja, dann werden, denke ich, ganz, ganz schnell andere Seiten aufgezogen. Das als solches ist erstmal ein Riesensieg allgemein für die Kryptobranche. Und wenn das durch ist, dann wird der gesamte Kryptomarkt durch die Decke gehen. Aber die SEC wird nicht aufgeben. Ich bin mir da ziemlich sicher, die wird als nächstes sich Ethereum vornehmen. Und ich glaube, dass das tatsächlich dann nicht so rosig ausgehen wird. Das sind natürlich auch nur alles Gerüchte, 100% kennt man da nichts. Aber ich will auch gar nicht zu tief ins Detail gehen. Aber ja, ich denke, Ethereum wird da nicht ganz so gut, ja, einfach nicht so gut wegkommen. Glaube ich einfach mal. Und ich denke, dass das die nächsten sein werden. Das ist so der Hauptgrund eigentlich, warum ich aktuell nicht mehr in Ethereum investiere. Ich habe natürlich einen guten Bestand davon. Es macht noch mit den größten Bestand meines Alcoin-Portfolios aus. Einfach aber auch aus dem Grund, dass ich, ja, früh dabei war. Ich werde nicht weiter Ethereum kaufen. Ich werde es aber auch nicht verkaufen. Ich werde es hodeln. Trotzdem, Ethereum kann genauso erfolgreich werden. Ich kann mir auch darauf vorstellen, dass es 10.000 Dollar erreichen kann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich denke, Ripple wird die Führung übernehmen. Also was die Alcoins betrifft. Ich denke nicht, dass es Bitcoin flippen wird. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch Ethereum flippen wird. Und das gar nicht mal so im super Long Term, sondern dass das schon relativ zügig dann vonstatten gehen könnte. Also mit Beendigung der Klage und quasi so dem Freischuss. Ja, es ist alles sicher. Es ist alles gut. Und ISO 222 Standard wird relativ sicher oder 100% sicher. Ripple für das Swift-System kappen. Nicht Stellar, nicht Algorand oder irgendwie sowas. Ich glaube, dann könnten wir tatsächlich nicht direkt unbedingt zweistellige Preise sehen. Aber uns Richtung 5 bis 8 Dollar bestimmt bewegen bei XRP. Und das wäre vom Market Cap her zum aktuellen Stand ungefähr bei Ethereum. Und ja, wie gesagt, wenn Ethereum dann tatsächlich unter Beschuss genommen werden sollte, könnte es auch sein, dass es da stark Abverkäufe regnet. Beziehungsweise einfach die Gelder in dem Fall umverteilt werden. Wie beispielsweise in XRP. Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr spekulativ gesagt jetzt. Aber das ist tatsächlich so meine Prognose, die ich sehe, wie das Ganze in der Zukunft laufen wird. Und das auch relativ zeitnah in den nächsten Wochen, würde ich noch nicht unbedingt sagen, aber zumindest in den nächsten Monaten. Ich denke, erstmal jetzt. Die kommenden Wochen werden sowieso interessant. Ob das wieder Richtung Bullrun geht oder nicht. Aber als solches, glaube ich, drittes und viertes Quartal werden sehr, sehr interessant. Insbesondere auch für XRP. Kurzfristig kann ich mir gut vorstellen, dass hier diese Bewegung vollzogen wird. Natürlich immer mit Auf und Abs. Ja, irgendwie sowas hier in die Richtung. Aber dass wir in diese Richtung gehen werden. Bis so 1,25 Dollar und so weiter. Und dann mal schauen, wie geht das mit der Klage aus. Beruhigt sich die Welt noch ein bisschen. Und ja, dann werden wir weitersehen. Aber das ist so das Erste, was ich mir vorstellen kann, dass es in diese Richtung geht. Denn es wird natürlich auch dann wieder Abverkäufe geben und stärkere Abverkäufe geben. Vielleicht sehen wir sogar auch nochmal wieder einen Crash. Ja, das bleibt Spekulationen als solches. Aber ich finde es sehr, sehr interessant. Und ja, ich glaube, Ripple XRP wird die Hodler alle sehr, sehr glücklich machen. In den nächsten Wochen. Spätestens ein, zwei, drei Jahren. Ja, bis maximal 2025. Ich glaube, da können wir noch so einiges erwarten. Und das ewig lange durchhoddeln hat sich oder wird sich wirklich gelohnt haben dann für XRP. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten würde ich sagen, liked mir immer gerne in das Video. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.